Ja, herzlich willkommen jetzt hier zum Podcast Purdu. Hier geht es um dich. Höre zu und wachse, wachse in dir. Das hier ist dein Leben und all die Impulse, die ich hier durchgesagt bekomme und im Podcast einfach ausspreche, die sind für dich bestimmt, einfach damit du dich erkennst und deine volle Größe annehmen kannst. Sei herzlich willkommen, höre auf zu kämpfen und beginne dein Leben jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Serie Purdu. Mein Name ist Christina Susanne Walzl. Ich bin die Hüterin der inneren Kinder und Dolmetscher des Universums. Ja, durch das Refreshen der Purdu-Podcasts-Folgen fallen mir natürlich auch all die Dinge wieder ein, die damals um uns herum waren. Damals, so lange ist es noch gar nicht her. Und doch wirkt es so, als wäre es in einer entrückten, anderen Welt passiert. Und ich weiß, dass ich in meinen Audios und auch in den Videos natürlich sehr pieksig bin. Und dass vielleicht auch, wenn da die Überschrift Gender oder Werte oder Leidenschaft steht, du vielleicht andere Dinge erwartest. Und sei du da, wenn du kannst, doch so offen einmal diese Dinge von anderen Seiten aus zu betrachten. Die Dinge, die wir häufig so verstehen unter Leidenschaft zum Beispiel, da geht es ja vielleicht auch um Sinne und Sinnlichkeit, darum, wie wir vielleicht uns auf Dinge zubewegen und vielleicht auch von dort weg bewegen, wie wir dann im Grunde vielleicht durch unsere Leidenschaft uns verbuddeln in etwas. Zum Beispiel leidenschaftlich, wie ich jetzt hier, Podcast-Aufnahmen zu machen, zu überarbeiten, in Filme zu drehen, um auch weitere Folgen zu entwickeln. Da kann ich durchaus auch mal so zwei, drei Tage verlieren im Sinne des Zeitverlustes. Und ich muss mir Wecker stellen, damit ich überhaupt weiß, welche Tageszeit noch da ist und ob es dann vielleicht noch andere Termine oder Meeting-Points gibt. Und das ist Leidenschaft, dass ich auch zum Beispiel dann eben in etwas reingehe und super sinnlich bin in der Begegnung mit einem anderen Menschen, in der Zweisamkeit oder vielleicht auch beim Kraulen eines Tieres oder bei einem Film, den wir schauen oder bei einem Schreiben eines Buches oder was immer wir tun. Wir werden leidenschaftlich, also in uns wird das Feuer erweckt. Und so betrachten wir häufig genau diese Seite. Also wir betrachten häufig genau das. Und vielleicht schauen wir auch noch dahin, wo vielleicht dann der Partner sagt, man, wann kommst du dann nach Hause? Du bist jetzt schon zwei Tage irgendwie mit deinen Podcasts beschäftigt oder die Freundin sagt, Mensch, ich habe dich aber lange nicht mehr gesehen. Wo bist du denn? Oder zum Partner wird gesagt, warum arbeitest du denn immer so lange? Du bist immer so leidenschaftlich bei deiner Arbeit. Ja, weil wir für auch unsere, zum Beispiel unsere Unternehmen brennen oder vielleicht für die Sache an sich oder weil wir halt auch leidenschaftlich vielleicht an anderer Stelle sind. Und das ist etwas, zum Beispiel, wenn ich koche, dann versinke ich auch in den Dingen, die ich da schnibbel und brutzel und die ich mit unterschiedlichen Gewürzen versehe. Das heißt, wir vertiefen uns in etwas. Und dieses Leidenschaftliche hat da an der Stelle natürlich wirklich diesen vertiefenden Gedanken, diesen, ja, wirklich Einswerden mit der Materie, mit der Macht dieser Gewürze oder eben dieser Materie, Arbeit oder dem Buch oder den Worten oder whatever. Und das, was ich versuche oder was einfach durch die Durchsagen auch immer wieder kommt, ist einfach mal auch diese Worte, die wir haben, neu zu reframen oder zu bedeuten. Das heißt also, wenn ich jetzt über Leidenschaft gerade hier gesprochen habe, haben wir natürlich die Bilder, die wir kennen. In dem Podcast, den du eben hören konntest, in der Nummer fünf, ging es aber eher darum, wie wir auch leidenschaftlich sind, wenn wir zum Beispiel hetzen und zetern, bewerten und beurteilen, wie wir im Grunde auch über Dinge sprechen, die möglicherweise überhaupt nichts mit uns zu tun haben oder uns ganz fürchterlich tangieren und wir aber eigentlich nichts weiter tun, als darüber herzuziehen oder erschüttert darüber zu sein, betroffen zu sein, vielleicht sogar zu weinen und vielleicht auch, ja, wirklich schlimme Träume zu haben, Vorstellungen, Ängste zu entwickeln. Und doch tun wir nichts dafür oder dagegen. Und das ist eben mir so wichtig in den Podcasts, auch wenn du vielleicht manchmal denkst, meine Güte, jetzt ist es aber gut mit dem Pieksen. Das wird dich begleiten, weil das natürlich immer auch dieser unmittelbare Draht ist, der uns ja auch stupsen will und schubsen will und zeigen will, ja, mal dir deine Welt, wie sie dir gefällt, aber denke immer daran, es hat immer zwei oder drei oder vier Seiten. Es gibt immer die Polaritäten. Es steht nicht immer nur die Sonne am Himmel und bescheint dich, sondern sie wirft auch hinter dir einen Schatten. Und wenn du dich nach dem Schatten umdrehst, kannst du den Schatten vielleicht gar nicht mehr so gut erkennen, aber du kannst auch vielleicht etwas anderes Neues entdecken, nämlich durch den Perspektivwechsel siehst du vielleicht, dass hinter dir sich ein Kanickel niedergelegt hat und darauf wartet, dass du es entdeckst, weil es nämlich furchtbar durstig ist, weil es wahnsinnig warm draußen ist. Würdest du dann auch das einfach nur deinen Freunden erzählen oder würdest du diesem Häschen, diesem Kanickel vielleicht einfach ein bisschen Wasser geben? Und das ist gemeint. Das heißt also, durch diese Perspektivwechsel und durch dieses Hinschauen auf die Polaritäten und eben aus den Polaritäten heraus, kriegen wir plötzlich mit, was sich eigentlich in unserer Welt auch noch abspielt. Und wir entwickeln dann vielleicht nicht die Ängste aus unserer Theorie und unserer Sorge und Obacht und Vorsicht und Erfahrung heraus, sondern vielleicht auch nochmal neue Erfahrungen und kleinere Ängste, einfach weil wir plötzlich ins Tun kommen, weil wir ins Handeln kommen und weil wir plötzlich dran sind und feststellen, dass die Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen, weil sie jetzt meinetwegen jetzt in Bezug auf die Pandemie zum Beispiel sehr einsam waren. Und da hast du dich vielleicht vor die Tür gesetzt und aus einem Buch vorgelesen. Und dann hat dieser Mensch sich gefreut und es gab eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Und ich will jetzt hier nicht kitschig sein. Ich höre so dein Ohr auf der anderen Seite vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du auch genau da. Ja, fühlst du dich abgeholt, weil genau das hast du gemacht oder genau das hast du dir vorgestellt. Hattest aber selber vielleicht Angst, krank zu werden. Ja, stimme dem doch erstmal zu, diesem Perspektivwechsel, dieser Idee von. Denn zum Glück sind wir ja jetzt schon ein bisschen weitergezogen und wir sind nicht mehr in dieser Situation. Wir haben dafür andere Situationen, mit denen wir irgendwie auch uns auseinandersetzen dürfen. Aber auch da gilt es vielleicht nicht, an der Mattscheibe zu sitzen und zu beurteilen, zu fluchen und zu schimpfen, sondern zu überlegen, was kann ich proaktiv tun, damit meine Stimmung weit bleibt, groß bleibt, freundlich bleibt. Wie kann ich dieser Welt ein Lächeln schenken? Wie kann ich vielleicht auch umgehen mit diesem Thema, was ich ja in dem ersten im Grunde Impuls gegeben habe zum Thema Gendern? Wie kann ich denn jetzt plötzlich auch zum Beispiel so ein Thema mal reframen? Jetzt hat die Tina angekündigt, sie will über das Gendern reden, aber eigentlich ging es immer nur darum, mich selbst mit mir zu vermatchen und damit gar nicht mehr so sehr im Außen, ja vielleicht mich produzieren zu müssen. Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht nach draußen plakatieren, wer ich bin, ob ich Mann, Frau, divers oder was auch immer, wie ich mich fühle, bin. Sondern vielleicht geht es gar nicht darum, wie die anderen mich sehen oder erkennen, sondern einfach nur einzig mit mir verbunden zu sein. Und diesen Perspektivwechsel hatten wir vielleicht noch nicht, weil es vielleicht wichtig ist, dass da jemand hinschreibt, Mann, Frau, Körper, Körperin oder was auch immer. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, es geht hier nicht um meine Beurteilung, Bewertung, aber es ist doch so interessant, was eben auch für Rebounds kommen, also Rückmeldung auch auf meine Posts oder Blogs, Blogartikel oder eben auch zum Beispiel die YouTube-Videos oder auch die Podcast-Aufnahmen, was da rückgemeldet wird in Bezug zum Beispiel auf diese Keywords, die ich ja nutze und wie wenig Menschen sich erlauben, einfach mal Wörter zu reframen. Und da möchte ich dich wirklich, wirklich, wirklich ermuntern, da großherzig mit dir selbst zu sein, denn du kannst nur deinen eigenen Horizont, deine eigene Insel, um nach Vera Birkenbier zu sprechen, erweitern. Erweitern um dich und deinen neuen Blick auf die Dinge. Und wenn du am Ende des Tages sagst, also Gendern ist für mich immer noch, und übrigens Leidenschaft hat für mich immer noch diese Bedeutung, aber ich habe diese Insel erweitert und habe vielleicht für jemanden, der ganz fürchterlich verzweifelt an dieser Gender-Thematik, weil dieser Mensch sich vielleicht nicht gesehen fühlt, dann habe ich vielleicht jetzt sogar eine Antwort für den, worüber dieser Mensch einmal nachdenken kann. Weil nicht jeder vielleicht großen Wert darauf legt, dass jetzt plötzlich alle Worte umgeschrieben werden oder plötzlich alles irgendwie ausgeglichen vermeintlich in der Sprache übernommen wird, sondern vielleicht geht es diesem Mensch einfach darum, dass er seinen Platz nicht findet. Und dann hast du jetzt schon eine Idee, einen Ansatzpunkt. Und dieser Mensch kann diesen Ansatzpunkt, diesen Perspektivwechsel nehmen oder weiterziehen lassen und noch so viele Dinge dazwischen. Und das ist vielleicht etwas, was du hier auch in diesem Podcast für dich übernehmen kannst, gewinnen kannst. Hier geht es nicht darum, dass ich den Zeigefinger erheben möchte. Es geht nicht darum, dass ich mich über dich stellen möchte, besser sein möchte. Nein, ich erzähle dir die Dinge, weil ich ja selber drüber stolper, weil ich mich selbst dabei ertappe, Dinge zu sagen, zu tun, zu denken. Und dann gehe ich in meinen Kanal und frage, sagt man, habt ihr mal eine Idee dazu? Und dann entsteht meistens so ein Podcast oder ein Blogartikel oder irgendetwas, weil ich natürlich auch diesen Auftrag für mich verstehe. Meine Informationen, die ich für mich gewinne, als wirklich wahrlichen Gewinn für mich und mein Denken, dass ich das eben auch weitergebe. Weil ich bin hier auf der Erde, um Transformation voranzutreiben, um Liebe zu schenken und eben dir auch zu helfen, dich zu entwickeln, so wie ich eben Menschen an meiner Seite habe und hatte, die mir dabei behilflich waren und Wesen und andere wundervolle Geschöpfe. Und deshalb ist mir es nochmal wichtig gewesen, das hier an dieser Stelle auch nochmal reinzugeben. Und ich bitte dich, wirklich erhole dich da ab, dass die Perspektivwechsel, diese möglichen Sichtweisen dir helfen können, in Momenten, bei denen du gar nicht weißt, jetzt noch gar nicht weißt, dass es dir irgendwann vielleicht helfen kann. Und ja, so erlaube dir vielleicht in diesem Moment einfach mal vom Stuhl aufzustehen und einen anderen Platz in deinem Raum zu wählen, wo du den Stuhl hinstellst und dich noch nie stehen hattest. Mal sehen, was dir dadurch gewahr werden wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.